Deutsche Touristen Hallo, sehr gut. Wie heißt du und woher kommst du? Ich heiße Lisa und ich komme aus Frankfurt. Warum kommst du nach Berlin? Weil ich möchte was Neues erleben und Brandenburger vorsehen. Oh, sehr schön. Alles gut. Tschüss. Tschüss. Heute wir erzählen, dass Menschen in Deutschland sehr freundlich und lustig ist und sie mag reisen. Danke. Tschüss wieder, mein Schlesiandland. Ihr seht uns wieder, feiner Klimatland. Liebes Mädchen, lass das weinen. Liebes Mädchen...